Oh mein Gott, Leute, hier ist einfach gerade die Vize-Weltmeisterin in Kunstradfahren und oh mein Gott, das sieht so verrückt aus und das wird sie mir jetzt gleich beibringen. Im ersten Schritt muss ich erstmal rückwärts fahren. Wir haben gemerkt, dass ich das Ganze doch nicht so gut hinbekomme, deswegen werde ich jetzt mal diesen Trick hier versuchen. Spielen wir das Ganze mal aus! Okay, aber ich glaube, den könnte ich schaffen. Ich glaube, wir lassen es besser.